Die südöstlichen Anrainerstaaten Deutschlands bereiten sich auf Hochwasser und Überschwemmungen vor. Hintergrund sind starke Regenfälle durch Tief Anett, international heißt das Tief Boris. Im Osten Tschechiens werden Sandsäcke gefüllt, um Häuser und Gebäude zu schützen. In Teilen des Landes und auch im Süden Polens könnten in den kommenden Tagen laut den Wetterbehörden bis zu 400 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. In Österreich wird unter anderem an der Donau mit einem Hochwasser gerechnet, wie es seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen ist. Fast alle Bundesländer sind laut Regierung von extremen Regen und teils auch Schneefällern betroffen. Angesichts steigender Pegelstände von Donau und Inn werden auch in Bayern Vorbereitungen getroffen.